Heute haben wir Alison als Gast. Hallo Alison! Alison kommt aus Amerika. Wie kam es dazu, dass du in Deutschland an einer Bibelschule studierst? Von Hillsong es gibt »I need oceans« und die Worte gehen »Take me deeper than my feet would ever wander and my faith will be made stronger in the presence of my Savior«. Und ich habe dieses Lied gesungen und ich wusste, dass ich wollte zu einer Bibelschule gehen, weil ich will mein Leben für Jesus leben, aber ich wusste nicht wie oder wo oder was. Dieses Lied ist, ich muss mehr abhängig von Gott sein. Ich muss außer meiner Comfortzone oder Bequemheit gehen, damit ich mehr an Gott vertrauen muss. Ich kenne BSB ein bisschen, aber nicht. Ich konnte die Leute hier nicht, ich konnte die Sprache nicht, die Kultur. Und ich dachte, wenn ich nichts anderes habe, dann muss ich zu Gott gehen und ich habe nur ihn. Und dann wird mein Glauben wachsen. Und deswegen bin ich in Deutschland. Okay, jetzt ist ja eigentlich amerikanisch oder englisch ist deine Muttersprache. Wie ist das denn in Deutsch zu studieren? Es war sehr, sehr schwer am Anfang. Google-Übersetzer war mein bester Freund. Und ja, jetzt läuft. Gott war sehr treu und wir haben viel gebetet für meine Sprache. Und er hat sehr, sehr viel geholfen. Jetzt muss ich auch sagen, die Sprache hat sich echt sehr verbessert. Vielen Dank für das kleine Interview, für die Antworten. Und Feier.